Diesen Suzuki sollten Sie sich unbedingt anschauen. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Das geräumige Interieur bietet 5 Personen den Komfort von einem Bluetooth Car Kit, einem elektrisch verstellbaren Außenspiegel, einem multifunktionalen Lenkrad und vorderer Sitzheizung. Ein Suzuki wie dieser ist außerdem mit einigen Sicherheitsvorkehrungen wie einer Rückfahrkamera, ESP und Tagfahrlicht ausgestattet. Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns schnell an, um sich das Auto anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017